Robert und Carmen Geiss haben statistisch die zweite Lebenshälfte erreicht. Damit man es ihnen aber nicht ansieht, greifen die Kultmillionäre auf eine bizarre Beauty-Behandlung zurück. Obwohl der Fernaufschrei zuletzt riesig war, wollen sich die beiden TV-Stars, die Geissens, schon bald einer weiteren Stammzellentherapie unterziehen. Dies haben Robert und Carmen in ihrer neuen Podcast-Folge angekündigt. Vor einigen Monaten hatte die Premiere dieser speziellen Verjüngungskur für massive Kritik gesorgt. Unter dem entsprechenden Instagram-Post monierten die Follower, dass kranke Menschen teilweise viele Jahre auf eine derartige Behandlung warten müssen. Ich war das Versuchskaninchen in Bangkok, und Mama wird jetzt sehr wahrscheinlich als nächstes nachlegen, verrät Robert im aktuellen Familientuck. Um sich erneut eine Dosis zu verpassen, wolle man schon bald wieder nach Thailand reisen. Das Bizarre, die Zellen werden aus der Nabelschnur von Tochter Schneier gewonnen. Ihr Vater erklärt dazu, wir haben mit dem Arzt gesprochen. Der meinte, sobald wir die eingefroren runterschicken, kann er aus dieser Stammzellen für mich machen. Punkt aber das sind meine, protestiert die 20-Jährige. Du kannst die ja auch benutzen, kontert Mama Carmen. Und Robert fügt an, wir haben dafür bezahlt. Daraufhin gestattet sie ihren Eltern die Nutzung des wertvollen Erbguts. Carmen Geiss ließ sich in Thailand ihre eigene Plazenta in den Po spritzen, einen kleinen Seitenhieb in Richtung ihrer Mutter kann sich Schneier aber dennoch nicht verkneifen. So stichelt die gebürtige Monegasser etwa, hoffentlich siehst du dann so aus wie ich. In Deutschland ist dieses Verfahren bisher nicht erlaubt, weswegen die TV-Bekanntheiten den umstrittenen Umweg über Thailand wählen. Pro Person soll die Prozedur jährlich rund 14.000 Franken kosten, wie Carmen weiter offenbart. Es ist jedoch nicht die einzige ungewöhnliche Verjüngungskur im Hause Geiss. Als ihre älteste Tochter Davina ausplaudert, dass Courtney Kardashian einst ihre Plazenta als Bolognese servierte, ließ die Jet-Set-Interpretin eine weitere Beauty-Bombe platzen. So habe sie sich in der Vergangenheit, ebenfalls in Thailand, etwa ihre eigene aufgetaute Plazenta in den Po spritzen lassen. Aber nur auf eine Seite, fügt die 59-Jährige lachend hinzu. Untertitelung des ZDF für funk, 2017